Wer ist denn da? Ich bin Herr Krämer. Wer ist denn da? Habe ich gefragt. Björg Niosos Financial Guide an. Und zwar haben Sie gerade für einen Handel registriert. Das ist der Grund meines Anrufs. Ja, das ist richtig. Das habe ich gerade gemacht. Genau. Ich bin Ihre persönliche Kunde, weil Sie ein hartes Konto erstellen. Aber ich muss Sie zuerst qualifizieren, Herr Krämer. Okay? Und was bedeutet das denn? Also sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Ich bin 67. 67. Und was machen Sie? Sie sind in der Rente, oder? Ja, ich bin im Ruhestand. Okay, was haben Sie vor der Rente gemacht? Ruflich? Ich hatte eine Dachdeckerfirma. Das macht jetzt mein Sohn weiter. Können Sie das wiederholen? Ich hatte eine Dachdeckerfirma. Die hat mein Sohn übernommen. Aha, okay. Okay, und besitzen Sie einen PC oder Laptop? Nochmal bitte? Besitzen Sie einen PC oder Laptop? Ja, natürlich. Okay, haben Sie monatlich Einkommen. Das kommt ca. 1700 Euro. Ja, ja, das ist halt die Ablöse von der Firma. Das muss ich mir schon bezahlen. Ja, ja, muss nicht präzis sein. Nein, kein Problem. Muss nicht präzis sein. Äh, das Mindestbetrag ist 240 Euro. Ist das okay für Sie? Ja, im Monat? Oder wie läuft das? Nein, nein, nein. Nur einmalig. Nur einmalig. Ach so, weil Sie nach einem monatlichen Einkommen gefragt haben. Nein, 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 nein. Nur einmalig. Also Sie beweisen das Geld auf Ihr eigenes Handelskonto. Verstehen Sie? Ach so, ja. Ja, genau, genau, genau. Ja, da ist halt die Frage, wie viel da jetzt sinnvoll wäre. Also ich würde schon, wenn sich das lohnt, gerne richtig investieren. Die Frage ist halt, wie viel Prozente ich da rausschlagen kann bei Ihnen in der Firma. Ach so, wie gesagt, das Mindestbetrag, Sie haben keine Erfahrung, oder? Nein, naja, zumindest nicht damit. Ich habe ja, wie gesagt, eine Firma gehabt. Aber so mit diesen Internetsachen, da bin ich noch, nee, nicht neu, aber ich kenne mich halt nicht aus. Ja, okay, also Sie können investieren in verschiedene Sachen, zum Beispiel Kryptowährungen oder Rohstoffe, was immer Ihnen gefällt. Das entscheiden Sie. Also da passiert viel auf der Börse, ja. Mit 250 können Sie anfangen und dann sehen, wie das alles läuft, wie das funktioniert. Falls das Ihnen gefällt, Sie können dann weiter investieren, wenn nicht, Sie können ja jederzeit aufsteigen. Also da, dass Sie das Geld auszahlen lassen, das dauert ein bis drei Tage. Ne, die Frage ist ja gewesen, wie hoch so die prozentuale Gewinnmarge in etwa sein wird. Also das kann ich Ihnen nicht sagen, weil, das kann ich Ihnen nicht sagen, also viel passiert auf der Börse, das geht von der Börse an. Also das kann ich nicht wissen. Naja, nur mal so im Durchschnitt, denn weh, ich wollte jetzt keine genauen Zahlen hören. Ja, ja, Sie können potenziell, Sie können potenziell im Durchschnitt also dieses Geld verdoppeln oder vertrieben, was sehen Sie, ja. Also potenziell, ja. Ja, genau, genau. Na, das hört sich ja sehr gut an, muss ich schon sagen. Ja. Und dann in einem Jahr verdoppeln oder von welchem Zeitraum reden wir da? Das, das geht auch, das geht auch von der Börse an. Also das kann in zwei Tagen passieren, in einer Woche, in einem Monat. Oha. Ja, das, 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 das ist die Börse, ja. Das hört sich sehr gut an. Gibt es da... Ja, wie gesagt, Sie können das alles, ja, gibt es da... Sie können das alles austesten. Ja, erzählen Sie. Ja. Warte. Aha, okay, ja, Sie können das alles austesten, natürlich mit einem Demokonto auch. Sie bekommen ein virtuelles Geld und Fach... D-Mark? Und Fachexperte, ja. Nee, 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 Demokonto. Sie bekommen auch ein Demokonto dazu, dass Sie das alles austesten, verstehen Sie? Was bedeutet das? Ja, dann entscheiden Sie, ob Sie das weit... Also, äh, Demokonto, äh, da bekommen Sie virtuelles Geld, also Spielgeld. Wo Sie das alles austesten, verstehen Sie? Ich wollte, ich wollte richtig Geld verdienen. Ich wollte jetzt hier nicht, ähm... Ja, natürlich. Fantasy-Animals spielen. Ja, natürlich, aber weil Sie keine... Natürlich, ich verstehe, natürlich, aber weil Sie keine Erfahrung haben, äh, also ich vorschlage, dass Sie zuerst das alles mit einem Demokonto austesten. Und dann entscheiden, ob Sie weiter mit Ihrem echten Geld was machen, ob Sie Ihre Geld weiter, echtes Geld investieren, verstehen Sie? Ja, das will ich ja. Die Frage ist ja nur, ob sich das auch lohnt für mich. Das ist ja die Frage, die ich Ihnen gerade stelle. Ja, also wie gesagt, wie gesagt, also deswegen, ich vorschlage, dass Sie das alles austesten mit diesem Mindestbetrag, wo 250 Euro, und dann später, falls das Ihnen gefällt, wenn alles gut läuft, Sie können ja immer noch mehr investieren, verstehen Sie? Ja, investieren ist gut. Wie viel soll ich denn investieren? Was ist denn, sagen wir, so ein guter Betrag? Ja, Sie können mit 20 Euro starten, mit 50, mit 200 Euro, das enttreiben Sie, das ist Ihre Geld. Ja, also ich würde ja im Prinzip, ich habe viel über diese Dogecoin gelesen. Haben Sie das auch? Okay. Ja, ja, ich kenne es schon, aber, ja genau, jetzt passiert viel mit diesen Coin, Sie können das auch ausnutzen, ja. Ja, wie viel haben Sie davon denn da? Also ich selber, ich handel nicht, also das wird mich verboten, ja. Ich meine ja auch nicht Sie, sondern die Firma, wie viele von den Dogecoin haben Sie denn da liegen bei sich? Also das geht nicht so, also das kommt auch daran, wie viel Sie investieren, ja, verstehen Sie? Nee, nee. Das entscheiden Sie. Ich wollte ja wissen, wie viele Sie davon haben, also physisch. Also Sie meinen, wie viel, wie viel unsere Unternehmen, also dieses Unternehmen, äh, dieses Coin habt, oder? Ja, 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 wie viel kann ich denn bei Ihnen kaufen? Also das, sie können kaufen, wie viel, wie immer Sie wollen, ja, das, das gibt ja viele Coins, ja. Ja, aber darum ist ja die Frage, wie viele Sie da haben, oder drücke ich mich unklar aus irgendwie, dann tut mir das leid. Also da ist, da ist nicht genaue Zahl, also Sie können kaufen, wie viel immer Sie wollen, verstehen Sie? Ja. Das entscheiden Sie, das ist nicht eine richtige, genaue Zahl, verstehen Sie, ja. Ja, das ist gut, wenn Sie da, sagen wir mal, die Vorratshaltung haben, das, äh, darauf ist ja, sag ich mal, der Erfolg der Zivilisation begründet. Ja, natürlich, wenn Sie entscheiden, dass Sie 100 Coins kaufen, Sie können 100 kaufen. 100? Wenn Sie entscheiden, dass Sie 5 kaufen, Sie können, ja, das entscheiden Sie, wie viele Coins Sie kaufen. Also ich wollte schon eine Menge, weil die sind ja, sag ich mal, sehr günstig, nicht wahr? Und da würde ich halt schon gern von Profitierung machen. Okay, ja, natürlich, Sie entscheiden das, also mit wie viel Sie starten. Ja, wollen wir mal 5.000, hätte ich gedacht, so wollte ich investieren. Also Sie wollen mit 5.000 starten, oder? Ja, das war so meine Idee. Jetzt ist ja die Frage, wenn Sie mein Berater sind, ist das zu viel, ist das zu wenig? Genau richtig. Also, das, ich weiß nicht, also wie viel, das kann ich nicht wissen, wie viel Sie verdienen und so weiter. Sie entscheiden, ob das für Sie gut ist oder nicht, verstehen Sie? Ja. Das ist die Regierung. Ich kann nicht für Sie entscheiden, also ich kann nicht mit Ihrem Geld was machen, verstehen Sie? Das ist Ihre Geld. Ja, das ist richtig. Sie entscheiden, ob Sie mit 1.000 starten oder mit 5.000, verstehen Sie? Ja, würden Sie mir denn eher zu den 1.000 raten, oder soll ich bei den 5.000 bleiben? Sie können, also, das ist Ihre Entscheidung. Ich kann, ich darf Ihnen nicht sagen, mit wie viel, mit wie viel Sie starten. Ja, nein, nicht, nicht vorschreiben. Ich habe ja nach, nach, äh, nach Ihrer Meinung gefragt. Also, meine Meinung. Ja, Ihre Meinung, kein, äh, kein Befehl, nur Ihre Meinung. Also, das, also, das darf ich nicht, also leider sagen, aber das, weil, wie gesagt, das ist, das ist die Tieren, Sie entscheiden, das ist die privates Geld, Sie entscheiden, was Sie mit Ihrem Geld machen. Ja, investieren halt, ne, das war ja, also, im Prinzip, der Primär, der Primärgedanke. Okay, okay, wollen Sie, okay, okay, sagen wir, wollen Sie das Ihren Handelskonto jetzt erstellen, und dass Sie das alles austesten? Ja, auf jeden Fall, will ich da profitieren. Oh, okay, okay, aber sagen Sie mir nur, äh, noch, äh, mit was würden Sie gerne Ihre einmalige Zahlung tätigen, mit einer Kreditkarte, Paypal, Online-Banking? Oh, da richte ich mich nach Ihnen, sag ich, ich hab ja aus dem Geschäftsleben, sag ich mal, hab ich die ganzen Sachen ja da. Da bin ich gut aufgestellt, was sowas angeht, da hab ich, hab ich auch alles behalten, weil man kann das ja immer mal brauchen, ne? Ja, okay, aber sagen Sie mir, was, was ist das leichteste, äh, weiter für Sie, also Paypal vielleicht? Ja, so, Paypal geht halt extrem schnell, ne? Sind Sie da, geht das bei Ihnen auch, haben Sie... Und das ist eine, und, und... Ja, genau, wir können auch per Paypal das machen, und Paypal, tja, durchaus in sicherster Weise, ja, für Sie. Ja, ist das so? Kann man damit kein Geld verlieren? Ja, genau. Äh, okay, äh, haben Sie Zugriff auf PC jetzt, oder? Ja, ich müsste ins Wohnzimmer mal eben laufen, ich hab den im Wohnzimmer gestiegen. Oh, okay, okay, dann, äh, ich schicke Ihnen dann gleich drei E-Mails von EuropeFX mit, äh, Zugangsdaten, und dann können wir weitermachen, okay? Das heißt, ich soll jetzt zum Computer gehen, ja? Genau, aber Sie können auch das per Handy machen, aber es ist leichter für Sie, dass Sie das per PC machen. Ja, ich mach das am PC, weil ich hab nicht mehr so gute Augen, und auf dem Telefon ist das so klein. Genau, 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 ist das, ist bessere Übersichtung, deswegen, ja. Richtig, dann wollen wir das doch machen, ich geh da mal eben hin. Machen Sie das privat denn auch? Nein, wie gesagt, ich mach das nicht, also. Okay, ich warte dann auf Sie, dass Sie auf Ihrem PC gehen. Sie warten auf dem PC? Hallo? Wollen Sie, dass Sie per Handy das Handelskonto aktivieren, oder per PC? Nee, haben wir ja gesagt, der Computer. Okay, okay, dann ich warte dann auf Sie. Ja, ich muss ja nur warten. Sagen Sie mir nur, wenn Sie bereit sind. Ich muss ja nur warten, bis der hochgefahren ist, nicht wahr? Okay, okay, kein Problem. Natürlich, natürlich, ich habe ganz Zeit der Welt. Ja, das ist schon gut. So nette Kunden, hab ich immer Zeit, ja. Ja, tut mir leid, wenn ich ein bisschen langsam bin, ich kenne mich nicht so gut aus mit so Sachen. Nee, 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 Sie sind sehr gut. Ja, das freut mich ja zu hören. So, ein Moment. Ich vergesse immer das Passwort, ich benutze den irgendwie nur einmal im Monat. Kein Problem, lass es in die Zeit. Ja. Okay, ich habe drei E-Mails zugesendet für die E-Mail-Adresse. Ja, welcher war das nochmal? Ich muss gleich nochmal ganz doof fragen. Auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich habe da, war das die private oder die geschäftliche, die ich da genommen habe? Äh, emil, emil-ad-tone.to. Ja, einen Moment. Ich habe hier noch nichts bekommen. Warten Sie, warten Sie einen Moment. Äh, so. So, jetzt vielleicht. Ich schaue noch. Drei E-Mails von Europex. Drei Stück. Okay. Wir haben es aber, als ich... Drei E-Mails von Europex. Wie lang müssen Sie eigentlich arbeiten? Ich sehe gerade, dass es schon halb neun ist. Also, bis 21 Uhr. Also, wir haben Zeit. Das geht alles schnell. Also, das dauert bis zehn Minuten. Ah, ja. Ich habe das jetzt bekommen. Hallo, Emil. Ihr neues Europex Live-Konto wurde erstellt. Also, nein. Sehen Sie, da steht, willkommen bei Europex. Nochmal, bitte. Willkommen bei Europex. Willkommen bei Europex. Ja. Einmal anklicken auf willkommen bei Europex. Ja. Und dann, da sehen Sie, äh, Ihre Benutzernahme aus Ihrer E-Mail-Adresse, also im Kundenbereich. Ja. Und ein Trading-Passwort. Sehen Sie, dieses Trading-Passwort. Ja, das ist aber kein sehr sicheres Passwort. Also, ja. Notieren Sie bitte dieses Trading-Passwort. Das können Sie ja natürlich später ändern. Ja? Ente? Das können Sie später ändern. Aber jetzt notieren Sie dieses Passwort, okay? Jawohl. Okay, dann unter der Passwort befindet sich ein Zugangslink. Einmal anklicken. Was stinkt? Unter der Passwort befindet sich ein Zugangslink. Ja. Einmal anklicken. Hallo? Ja, ja, ich bin da. Ja. Jetzt ist gerade mein Internet-Explorer abgestürzt. Da kommt eine Fehlermeldung. Ich muss mir das gerade noch... Fehlermeldung. Ja, das ist abgestürzt, das Programm. Okay. Ich hasse das. Ich warte ja, dass mein Enkel, der wollte mir das Windows neu installieren, aber wegen Corona darf der nicht herkommen. Und der Rechner ist ganz langsam jetzt immer und macht immer Probleme. Kein Problem. Ist Ihre E-Mail-Adresse mit dem Handy verbunden vielleicht? Nein, ich mache es einmal. Das Telefon habe ich nur zum Telefonieren. Ah, okay, okay, kein Problem. Ich probiere das nochmal. Tut mir leid, dass das so lange dauert. Nein, nein, kein Problem. Jetzt ist zumindest die Seite schon mal wieder offen. Ich probiere das jetzt nochmal. Okay, welche Seite? Na, die von Ihnen. Also, Sie haben auf Zugangslink angeklickt, oder? Ja. Okay, und jetzt sehen Sie die Seite von Europefix? Ich glaube, ich habe es geschafft. Da steht, um mit Ihrer Einzahlung fortfahren zu können. Geben Sie bitte Ihre Informationen ein. Okay, da sehen Sie persönliche Angaben. Bitte alles ausfüllen. Vorname, Nachname. Ja. Brauche ich da meine Reisepassnummer? Reisepassnummer, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt zum Beispiel 1, 2, 3 Scheiben. Führerschein leer lassen. Und dann das alles später für Compliance vorbereiten, okay? Also, ich habe ja im Prinzip die Werbeführerscheine. Ich habe den für Flurförderzeuge, also für einen Elektrohubwagen. Ich habe einen Kranführerschein. LKW und Bagger. Soll ich das da reinschreiben? Nein, nein, nein. Führerschein können Sie leer lassen. Gut, dann schreibe ich LKW rein. Geburtstag auch? Ah, genau, Geburtstag. Ja. Okay, dann vollständige Anschrift, da bleibt Deutschland. Nochmal bitte? Äh, vollständige Anschrift, da bleibt Deutschland. Ja. Mit wie vielen Leuten am Tag sprechen Sie denn so? 20 Leute, ja. 20 bis hin. So am Tag 20 Leute? 20, ja. Ja, hat mich nur mal so interessiert, weil das hört sich so laut an. Ja, genau. Sind da mehrere Mitarbeiter? Oder haben Sie ein eigenes Büro? Ja, genau. Das war eine Entweder-Oberflage. Ja, genau. Ich habe das jetzt alles reingeschrieben nebenher. Soll ich dann unten auf Aktualisieren drücken? Genau, auf Aktualisieren. Und was sehen Sie dann? Da steht, da ist eine Fehlermeldung. Bitte beantworten Sie die Fragen, um Ihr Konto zu aktivieren. Da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Also da sehen Sie, da sehen Sie Fragenbogen, oder? Ja, na, da steht Konto-Währung. Das ist ja Euro, oder? Beim Konto-Währung, genau. Beim Konto-Währung wählen Sie Euro. Da steht was von Hebel. Was bedeutet das? Hallo? Ja? Da steht Hebel. Echt, oder? Ja, aber was bedeutet das? Hebel ist eine virtuelle Kaufkraft. Das ermöglicht Ihnen, dass Sie mit weniger Geld auch teure Trades erhoffnen. In diesem Fall 30 Mal mehr Wert. Das ist nur ein Beispiel da. Das war viel zu schnell. Ich habe gar nichts verstanden. Noch mal ein bisschen langsamer, bitte. So, dass ich das auch verstehe als Neueinsteiger, ne? Sonst komme ich ja nicht mit, wenn der Fachmann redet, ne? Das ist so, wie wenn ich Ihnen über das Verdichten von Kranplätzen erzähle. Da gucken Sie mich auch nur an, wie so ein Gekko. Hallo? Okay, Herr Krämer, können Sie Ihre Voice-Changer ausschalten? Kann ich was, bitte? Können Sie Ihre Voice-Changer ausschalten? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Können Sie Ihre Voice-Changer ausschalten? Ich kann Sie gut hören. Was haben Sie gesagt? Also, wie gesagt, können Sie Ihre Voice-Changer ausschalten? Ich verstehe Sie ganz. Soll ich den Computer wieder ausmachen? Hallo? Nicht Computer, sondern Voice-Changer. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Okay, machen wir dann weiter. Okay, bei welcher Frage sind Sie stehen geblieben? Bei diesem Hebel. Das wollten Sie mir nochmal erklären. Okay, beim Hebel 1.30 bestätigen. Das ist eine virtuelle Kaufkraft. Es ermöglicht Ihnen, dass Sie mit weniger Geld auch teure Trades erhoffnen. Okay, der Fachexperte wird Ihnen erklären später, wie Sie das alles nutzen. Na gut. Okay, dann auf nächste Seite. Arbeit verkehrt nicht. Da steht jetzt Arbeitsverhältnis. Da bin ich ja, sag mal, in Rente jetzt. Okay, Rente. Ja, genau. Dann Industrie. Was gibt es da denn? Dachdecker steht da nicht mit drin, ne? Okay, Sie können zum Beispiel auf sonstiges anklicken. Ach, da unten, ja? Genau, genau. Ja, das Einkommen. Bezieht sich das auf die Pension oder auch auf die Ablöse von der Firma? Äh, für Pension, ja auch. Also Sie können, ja, das muss nicht präzise sein. Sie können auch zum Beispiel weniger als 15.000 wählen. Das beeinflusst nicht die Handelskonten. Na gut. Das geht uns nicht an. Beim geschätzlichen Nettovermögen auch so? Ist das mit, ähm, was jetzt an Bargeld vorhanden ist oder auch Kfz und Immobilien? Also Ihre Nettovermögen, ja, das ist Nettovermögen, ja. Ja, ist es Bargeld oder gesamte Vermögenswerte? Also Gesamte, ja, genau. Gesamt, ja. Muss nicht präzise sein. Muss was, bitte? Sie können auch zum Beispiel weniger als 15.000 wählen. Sie können auch zum Beispiel weniger als 15.000 wählen. Das ist ein Problem, ja. Okay. Herkunft. Arbeit, Ersparnung. Herkunft des Vermögens. Private Rente. Okay. Jetzt steht da Herkunft des Vermögens und drunter steht Herkunft der Geldmittel. Ist das nicht das Gleiche? Nein, nein, das ist nicht das Gleiche. Da können Sie auch zum Beispiel private Rente wählen. Ja. Okay, dann nächste Frage. Wie hoch ist der voraussichtlich Investition betragen bei unserem Unternehmen? Ja. Also was vorstellen Sie mir? Wie viel würden Sie gerne starten? Also ich hatte mal, ohne dass wir gesprochen hatten, hatte ich an 5.000 gedacht. Aber ich muss jetzt halt erst nochmal mit dem Experten da sprechen, wegen den was da prozentual so machbar ist. Weil wenn sich das lohnt, dann würde ich auch mehr investieren wollen. Okay, okay. Dann, äh, ja, aber mit welcher Summe würden Sie gerne jetzt starten? Naja, schau mal, 5.000 hatte ich mir vorgenommen und dabei würde ich auch... Okay, okay. Wählen Sie... Okay, wählen Sie dann bitte weniger als 50.000. Das ist ja natürlich viel weniger. Ja, das stimmt. Okay. Ja, aber damit kann man trotzdem Geld verdienen bei Ihnen, oder? Ja, potenziell können Sie ja, natürlich. Ja, gut. Ha, Herkunft... Ach, da geht's jetzt darum, wie ich das einzahlen will bei der nächsten Frage. So, mit elektronischer Zahlung. Sie haben mir gesagt, Sie benutzen Paypal, ja? Ja, ja, Paypal, genau. Okay, dann elektronische Zahlung. Wussten Sie, dass Paypal zu Ebay gehört? Ja, ich weiß schon, ja, genau. Was ist der Zweck des Kontos? Also, Sie machen das zum ersten Mal. Sie können zum Beispiel... Sie können zum Beispiel sonstiges wählen, ja. Sie machen das zum ersten Mal. Naja, Deutschland, bei der nächsten Frage. Äh, warten Sie einen Moment, ich leite Sie weiter zu meiner Kollegin. Nochmal, bitte? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Angela Richter, mein Name. Sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Wo ist denn der junge Mann jetzt hingegangen? Äh, der junge Mann hat gerade einen Termin. Äh, ich bin jetzt da. Sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm, genau? Wie war, wie war nochmal Ihr Name? Das ging jetzt so schnell alles. Frau Richter. Frau Richter bin ich. Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. Also hier ist jetzt die Frage, ob ich eine meldepflichtige Person in den Vereinigten Staaten bin. Sehen Sie? Ja, das steht da. Da werde ich danach gefragt. Aber was hat das denn für eine Beweinung? Genau. Haben Sie irgendetwas mit dem USA zu tun, oder nicht? Nee. Ich habe da mal eingekauft. Wählen Sie bitte nein. Na gut. Ich, okay. In welchem. Ich auch, aber ich bin auch keine meldepflichtige Person in den USA. Also nein, auswählen. In welchem Land haben Sie Ihren steuerlichen Wohnsitz? Deutschland auswählen. Aber Sie sind bis 10.000 Euro gewinne steuerfrei. Also in den ersten... Hallo. Hallo. Bitte nicht so schnell sprechen. Ich kann nicht so gut hören. Kein Problem. Ich werde Sie jetzt ein bisschen langsamer sprechen. Ja, vielen Dank. Also bitte wählen Sie Deutschland aus. Ja. Habe ich. Okay. Und was sehen Sie als nächste Frage? Da steht, geben Sie Ihre PIN-Nummer in diesem Land an. Genau. Damit ist Ihre Steuernummer gemeint. Sie sind auf jeden Fall bis 10.000 Euro gewinne steuerfrei. Deswegen Ihre Steuernummer brauchen wir nicht. Ach so. Hier können Sie die Zahlen 1 bis 10 eingeben. Also geben Sie ruhig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann nach 10. Ja. Also kann ich bei Ihnen keine 10.000 Euro Gewinn machen? Auf jeden Fall bis 10.000 Euro sind Sie steuerfrei. Das ist die Sache hier. Ach so. Und dann müsste man das nachmelden quasi. Genau. Aber das werden Sie mit unserem Compliance-Team machen und mit dem Steueramt wie Sie das am besten machen. Mit was bitte? Ich kenne diese ganzen Fachbegriffe. Compliance-Team. Was heißt das? Compliance-Team ist da. Also wir haben ein ganzes Team, die heißt Compliance-Team. Compliance-Team ist da. Also zum Verifizierung und zum sozusagen steuerlichen Fragen. Das werden Sie alles mit dem Compliance-Team machen. Ach so. Die machen so die Kontrolle. Falls Sie die gewinnen. Genau. Sie werden das mit dem Compliance-Team machen, wenn Sie die Gewinne mehr als 10.000 Euro erwirtschaften. Ja. Wie lange dauert das denn so ungefähr? 80.90 mit Versand. Hallo. Wie meinen Sie das? Ne, wie lange das dauert. Was genau? Wie Sie 10.000 Euro Gewinner machen oder wie? Ja. Es hängt von vielen Sachen ab. Also von dem Markt, von Optionen, die Sie nutzen, wie viel Geld Sie auf einmal investieren. Es hängt von vielen Sachen ab. Ja. Aber es ist machbar, sagen Sie ja. Auf jeden Fall potenziell ist es machbar. Das klingt gut. Weiß einmal, so ein bisschen was wollte ich halt schon verdienen. Darum mache ich den ganzen Spaß. Wie lange machen Sie das denn so? Noch mal? Ich fragte, wie lange Sie das schon machen? Sie können das alles so gut. Ich? Ja. Also ich kenne das alles so gut, weil ich diesen Job seit zwei Jahren lang mache. Also ich kenne mich wirklich gut aus. Was sehen Sie dann als nächste Frage? Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie das schon viel länger machen. Da steht, sind Sie eine politisch exponierte Person? Was bedeutet das? Sind Sie ein Politiker oder ein Bürgermeister? Ne, mit sowas habe ich nichts am Hut. an Politiker sind alles gleich. Nein, und dann nächste Seite anklicken dann. Also auf Nein dann, ja. Darf ein Politiker da denn nicht mitmachen? Politiker, die Leute, die politisch exponiert sind, dürfen das nicht machen, weil die Leute, die politisch exponiert sind, haben viel zu viele Informationen. Also verstehen Sie? Achso, Insider-Wissen quasi, meinen Sie? Ganz genau, ganz genau. Ich verstehe. Ja, nee, da will man sich ja nicht verarschen lassen dann, ne, wenn da so ein, wenn da die, wenn da die Angela Merkel kommt, die weiß genau, was passiert. Die kann das selber noch entscheiden, was dann, was da passiert. Genau, genau. Ich heiße auch Angela, wie die Angela Merkel. Ah ja, aber nicht Merkel, ne, sie sind nicht die aus Berlin, oder? Ah, ich bin nicht Angela Merkel, aber ich heiße auch Angela. Achso, eigentlich ja ein schöner Name, nicht wahr? Engel heißt das ja, ne? Meiner Meinung nach auch. Genau, ganz genau. Bitte nächste Seite jetzt anklicken. Ja. Und was sehen Sie jetzt als die erste Frage? Wie hoch war der ungefähre Belastung? Ja, genau. Wenn Sie in den letzten fünf Jahren in Investitionstätigkeit gestärkt haben. Ja, noch gar nicht. Also, mein Kollege Björn hat mir nicht eine Auskunft gegeben, ob Sie Erfahrung haben oder nicht. Haben Sie schon Erfahrung mit... Okay, okay. Gar kein Problem. Dann letzte Antwort ausfüllen. Ich habe noch nie investiert. Genau, habe ich noch nicht. Bildung... Und sagen Sie mir, Ihre Bildung, Ihre Ausbildung haben Sie nicht im Finanzbereich gemacht? Nee, ich bin Dachdeckermeister im Ruhestand. Oho, interessant. Okay, dann bitte keine der oben genannten Optionen. Sie haben gar nichts mit Finanzen zu tun. Nee, zumindest nicht in der beruflichen Fassung. Okay, okay. Keine der oben genannten Möglichkeiten wäre dann die richtige Antwort. Gehen wir dann weiter, dann kommt eine logische Frage. Also diese Frage ist eigentlich für die Leute, die schon Erfahrung haben. Gemeint, sie haben aber keine Erfahrung. Es spielt keine Rolle. Es ist auch eine logische Frage. Was meinen Sie? 100.000 durch 30. Wie viel ist das? Also wenn Sie 100.000 Einheiten durch 30 teilen, wie viel ist das? Nee, logischerweise 3333,33 Periode. Ganz genau. Ja, und dann wäre das die erste Antwort, ja? Aber da kam ich gleich nochmal eine Frage. Es steht hier schon wieder Hebel, eins geteilt durch 30. Da hatte ich vorhin den Kollegen schon gefragt, was das bedeutet, aber der wollte mir das gar nicht erklären. Hebel ist eine virtuelle Kaufkraft. Also Ihr persönlicher Fachmann wird Ihnen noch das Bessere erklären. Aber das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel 200 Euro investieren und Hebel 1 zu 30 nutzen, Sie haben sozusagen eine höchste Kaufkraft von 30 Mal. Also 200 mal 30 ist 6.000 Euro. Das ist eine virtuelle Kaufkraft. Aber wie schon gesagt, der Fachmann hat sehr, hat viel, viel mehr Erfahrung als ich und er wird Ihnen das noch besser erklären. Aber Sie haben das richtig, richtige Antwort gegeben, erste Antwort. Also wählen Sie dann die erste Antwort und gehen wir dann bitte weiter. Lesen Sie mir die nächste Frage vor. Ja, die nächste Frage lautet, was bedeutet außerbörschlicher Handel? Genau, das ist eine wichtige Frage für Sie. Also das bedeutet, dass Sie jetzt ein Direktgeschäft mit dem Brokerhaus machen. Es gibt keine dritte Partei dabei. Mit dem Badehaus? Sie sind die erste Partei und zweite Partei Brokerhaus. Also die E-Mage-Sprechen. Ich dachte, Sie haben nichts mit Politik zu tun. Wir haben nichts mit Politik zu tun. Wahrscheinlich steht bei Ihnen, es ist falsch übersetzt, und steht bei Ihnen politische Partei. Aber erste Antwort sollte da eigentlich stehen, Kontrakte, die direkt zwischen zwei Parteien gehandelt werden. Ja, aber Partei ist doch was Politisches, oder nicht? Nein, es muss nicht unbedingt politisch sein. Also wenn Sie ein Geschäft mit irgendjemandem machen, Sie sind eine Partei und zweite Partei ist in diesem Fall Brokerhaus. Ja, na gut, wenn wir das so betrachten wollen, dann haben Sie natürlich recht. Ganz genau. Ganz genau, und das weiß ich. Gehen wir dann weiter. Was steht bei Ihnen als nächste Frage? Sie haben ein Geschäft eröffnet und am nächsten Tag hat sich der Mark gegen Sie bewegt. Was ist die Folge? Was meinen Sie? Ja, dann ist das springiger. Ganz genau, Sie sind schon gut ausgerüstet. Also dann wählen Sie erst davon. Ich war 45 Jahre selbstständig, das ist mir schon klar, dass wenn die Marktbedingungen kontraproduktiv veröffentlicht sind. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass Sie selbstständig waren. Das tut mir leid. Alles gut, ich bin ja Dachdeckemeister und du ist Tant. Aha, Sie waren selbstständig in diesem Bereich. Ja, ja, natürlich. Mein Sohn macht jetzt die Firma. Ach so. Also es ist wichtig, dass die, also die, die, Geschäft bleibt in der Familie. Das ist wichtig. Ja, natürlich, dass sich das nicht irgendwelche, sagen wir, Kredithaie snappen. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Gehen wir dann bitte weiter. Wir können ja gar nicht alle umbringen, so viele gibt es da ja von. Gehen wir dann bitte weiter. Nächste Frage, wenn Sie einen Stop-Loss-Order platzieren, was will dann wahrscheinlicher passieren? Ich weiß nicht, ob Sie schon Erfahrung gesammelt haben oder nicht, aber Stop-Loss ist ein Risikomanagement-Tool. Also die Name sagt Stop-Loss, also Verluste verhindern auf Englisch. Sie werden mit dem Stop-Loss, also Ihre Verluste verhindern. Sie werden das mit dem Fachmann noch besser besprechen, aber das Wichtige hier ist, dass Sie nicht ins Minus gehen können. Dementsprechend also logische Antwort wäre die erste. Also eins, ja. Genau. Ja, dann nehmen wir das doch. Nehmen Sie, was Sie möchten, aber das wäre die logische Antwort. Gehen wir, also ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie auswählen sollten. Ich kann Ihnen nur sagen, was logisch ist. Nein, tue ich nicht. Ich habe Ihnen jede Frage erklärt. Ja. Sie wählen die Antworten freiwillig. Dann gehen wir weiter. Welche der folgenden Aussagen bezüglich des CFD-Handels ist richtig? Was würden Sie hier auswählen? Also Frage, also ich frage Sie jetzt. Was würden Sie hier auswählen? Ich muss mir das mal kurz angucken. Gucken Sie es bitte an. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wofür die Abkürzung steht. Was bedeutet das denn? Genau, deswegen will ich auch da Ihnen zu erklären. Also Sie sehen komplexe Finanzprodukte, was auf jeden Fall wahr ist, weil alles, was auf der Börse passiert, ein bisschen komplexer ist. Sie besitzen niemals die zugrunden Vermögenswerten. Das heißt, dass Sie jetzt in Preisdifferenz investieren. Also wählen Sie Antworten, die Sie meinen, die besser passt. Also was meinen Sie? Habe ich nicht verstanden. Also komplexe Finanzprodukte, das ist Ihnen schon klar, weil alles, was auf der Börse passiert, ein bisschen komplexer ist. Ja, also dass das nicht mit einem Butterbrot und einem Schokoriegel erledigt ist, das habe ich mir schon gedacht, nicht wahr? Ganz genau. Ja. Ich bin ja doch gar nicht Okay, dann gehen wir weiter. Ja, das habe ich nicht gesagt und das glaube ich auch nicht. Nein, nein, habe ich das auch nicht gemeint. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihr Kapital durch den Handel verloren geht? Na, beschissen, was ist das für die Frage? Ja, klar, aber schauen Sie, es geht nur um die Summe, die Sie jetzt einzahlen und die Frage hier ist, ob Sie sich das leisten können. Zahlen Sie jetzt nicht die Summe, die Sie sich nicht leisten können. Also deswegen, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten, aber bitte einen Betrag, den Sie sich leisten können und ich weiß nicht auch, was Sie sich leisten können, aber hier wählen Sie also erste, zweite oder dritte. ich persönlich würde die dritte auswählen. Ich habe ja mit dem Kollegen da gesprochen, nicht wahr? Und da habe ich, dem habe ich gesagt, ich würde, sagen wir mal, mit 5000 wollte ich anfangen und dann war der plötzlich ganz nervös und hat das an Sie weitergegeben. Ist der Kollege denn neu, dass der sich das nicht traut? Der Kollege ist nicht neu, er hat gerade einen Termin mit einem anderen Kunden, aber ich weiß es nicht, eben, das ist Ihre Sache. Ich bin nicht da, Ihnen zu sagen, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten, ich bin da Ihnen nur, ich bin da Ihnen schon habe ich das auch nicht verstanden, bevor wir da in Schwulität kommen. Ich weiß das ja sehr zu setzen, dass Sie da mit eiserner Klaue das auch versuchen durchzuziehen. Okay, 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 was würden Sie hier auswählen? Sagen Sie mir bitte. Den goldenen Schnatz natürlich. Welche Antwort würden Sie hier auswählen? Die erste. Okay, wählen Sie dann die erste Antwort und gehen wir dann bitte zu der letzten Frage, Haupthandelszweck. Sie haben mir gesagt, Sie möchten Geld erwirtschaften, ja? Was kann man denn sonst da machen mit? Also schauen Sie, welche Antworten Sie haben. Sie haben Spekulation, Sie haben Absicherung, also wenn Sie Geld erwirtschaften möchten, dann Absicherung aufwählen. Aber das läuft ja alles aufs Geldverdienen raus, oder nicht? Das macht man ja nicht, weil man Geld übrig hat in irgendeiner Form. Okay, okay, dann wählen Sie Absicherung und Abschicken und klicken und sagen Sie mir dann, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Ja, einen Moment bitte. Da steht EuropaFX akzeptiert nur Einzahlungen von Konten oder Kredi-Debit-Karten, die auf den gleichen Namen wie EuropaFX Handelskonten und was steht über die Sache? Über die Sache steht Absenden. Und was steht bei meinem Zahlungsbetrag? Da steht 1000 drin, das habe ich da aber nicht reingeschickt. löschen Sie. Genau, das ist die meistgenommene Summe, deswegen steht ja 1000. Sie werden aber die 1000 löschen jetzt? Ja. Kann ich bei Ihnen denn eigentlich auch Doggecoin kaufen? Auch mal? Kann ich bei Ihnen Doggecoin kaufen? Das werden Sie alles mit dem Fachmann besprechen. Ich werde Ihnen jetzt nicht die Informationen geben, die ich nicht richtig weiß. Löschen Sie die 1000? Was soll ich machen? Die 1000 löschen. Ach so, ja, natürlich. Ja, und weiter? Und geben Sie Ihre Beträge eingeben. Also, wie schon gesagt, ich setze keinen Druck an Sie. Geben Sie den Betrag mit welchen Sie sich wohlfühlen. Ja, dann nehmen wir die 5000 rein. Habe ich gemacht. Okay, geben Sie dann die 5000 rein. Okay, und absenden. Nun gut. Sagen Sie mir folgendes, welche Zahlungsmethode nutzen Sie? Kasachische Ziegenhaare. Nochmal? Kasachische Ziegenhaare. Das habe ich nicht verstanden. Was meinen Sie? Wie bitte? Was meinen Sie? Ich habe gefragt, welche Zahlungsmethode nutzen Sie? Also, ich habe verstanden, was für ein Toupet ich trage. Da habe ich Sie falsch verstanden. Ganz falsch haben Sie verstanden. Toupet wie Perücke habe ich verstanden. Ich weiß, was Toupet ist. Machen Sie sich keine Sorge. Ich wollte Sie auch nicht als dumm darstellen. Das schaffen Sie ja selber sehr gut alleine. Also, ich hatte zum Kollegen gesagt, dass wir Paypal nehmen. Der hatte das vorgeschlagen. Okay, sehen Sie jetzt verfügbare Optionen, Doppelpunkt? Verfügbare Optionen? Nee. Ach doch, da oben, das ist also, ja. Da steht WorldPay. Und was steht unter der verfügbare Optionen? Was steht ganz rechts von der WorldPay? Letzte Optionen ist Paypal. Ja, da steht Paypal genau. Schellen Sie dann bitte Paypal aus? Ja. Und was sehen Sie jetzt? Sitzen Sie auf Zypern? Ja, ich nicht. Nee, da steht da aber Bank befindet sich in Zypern, Unternehmen in Berlin. Sie sind in Berlin, wo denn da? Ah, ich bin in Berlin aufgewachsen. Unternehmen befindet sich in Franklinstraße 28, 29. Welcher Stadtteil ist denn das? Der Straßenname sagt mir gar nichts. Charlottenburg. In Charlottenburg? Kennen Sie den Mariendorfer Damm? Ähm, nein. Ach so, da habe ich gewohnt. Ich bin selber nicht aus Berlin. Ach so, weil da habe ich gewohnt viele Jahre lang, bevor mich die Gang Stalker quasi ins Exil vertrieben haben. In welchem Vertrieb? Mariendorf. Okay. Tempelhof Mariendorf ist das im Prinzip. Okay, okay, okay. Also, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Nackte Frauen. Machen Sie jetzt Spaß mit mir oder ich verstehe es nicht? Wie bitte? Machen Sie jetzt Spaß mit mir oder finden Sie das lustig? Ja, ein bisschen Spaß muss doch sein, oder nicht? Es ist ja Feiertag heute. aber Sie übertrieben ein bisschen. Nein. Sie übertrieben ein bisschen. Sie können doch nicht sowas sagen. Ja, ich habe gefragt, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Und Sie haben mir gesagt, nackte Frauen. Ja, darf man keinen Spaß mehr machen? Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich mache sehr, sehr gerne Spaß, aber ich habe gesagt, Sie haben ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Aber man kann doch nicht zu viel Spaß haben. Die Welt ist so traurig geworden mit Angela Merkel und Corona. Aber mit Angela Merkel und Corona ist die Welt so traurig geworden, dass wir auch mal ein bisschen lachen müssen. Okay, also möchten Sie Ihre Hand es kontaktivieren oder machen wir jetzt Spaß? Natürlich, ich muss ja halt einmal soll ich Ihnen das denn jetzt zuschicken. Was müssen Sie mir zuschicken? Das Ziegenhaar. Ziegenhaar? Ja, also die haben ja im Prinzip ... Möchten Sie das der Fall Bob? Ja, die haben ja im Prinzip einen Wechselkurs. Ein Kilogramm sind zwölf Indische Rupien und 60.000 Indische Rupien sind ein Euro. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt im Prinzip drei Tüten Ziegenhaare schicken und dann können Sie damit mein Konto auswahlen. Ja, mache ich gerne. Also wie möchten Sie das mit welcher Post? Also DHL oder deutsche Post? Wie möchten Sie das an Brieftaube würde ich schicken? Brieftaube? Ich muss schnell mit Finanzabteilung überprüfen, ob wir Brieftaube akzeptieren oder nicht. Ja, tun Sie das mal. Wenigstens nehmen Sie Ihre Niederlage mit Fassung. Ich warte so lange. Hallo? Ich muss die Ich bin noch da. Ein kleines Moment. Finanzabteilung überprüft, ob wir Brieftaube akzeptieren oder nicht. Ein kleines Moment. Die Brieftaube hat auch eine Lizenz und alles. Die ist da lizenziert. Die Brieftaube von Aus Bank ist im Zypern. Schauen Sie. Ja, ich habe meine Brieftaube hat auch eine ZYSEC-Lizenz. Ich glaube nicht, dass die Taube überlebt. Das ist ja nicht mein Problem. Die Taube hat eine ZYSEC-Lizenz. Die schafft das schon. Und eine Bafin-Lizenz hat die auch. Ich glaube nicht, dass die Taube mit Bafin ist keine Lizenz. Bafin ist Bundesanstand für die Finanzdienstleistung. Und man kann nicht eine Lizenz von Bafin haben. Nein, aber Seic-Lizenz kann ein Unternehmen haben. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, ich glaube, dass die Taube einfach aus Berlin bis Zypern überlebt. Sicher nicht. Haben Sie eine andere Zahlungsmethode? Vielleicht können Sie die weiß es nicht. Ich schicke eine Eule, die sind ja größer und stärker. Das ist eine gute Idee, wirklich. Haben Sie die Harry Potter Filme gesehen? Oder wissen Sie was? Haben Sie die Harry Potter Filme gesehen? Ich habe Harry Potter nicht gern. Schauen Sie dafür kommen Sie in die Hölle. Können wir mit Adler versuchen? Adler schon? Ja natürlich. Haben Sie eins zur Hand? Nee, aber ich habe unten von meinem Vater, der war ja bei der Wehrmacht, da habe ich im Prinzip noch einen Reichsadler an der Wand. Wenn wir dem sagen, er tut seine Pflicht fürs Vaterland, da ist er bestimmt bereit nochmal aufzubrechen. Schauen Sie jetzt ist zehn ab neun Uhr, ich arbeite bis 21 Uhr, also es ist zehn ab 21 Uhr und ich bin da, ich finde dieses ganze Gespräch ganz lustig, weil die haben nichts besseres zu tun als mit mir 40 also 50 Minuten also halbe Stunde mit meinem Kollegen und 20 Minuten mit mir zu sprechen. natürlich ich finde das ihr ganz Leben ist wirklich sinnvoll und das finde ich toll und ich wünsche ihnen dass sie noch mehr Sinne in ihrem Leben finden aber ich muss jetzt leider mit meinen Kollegen etwas trinken gehen ich wünsche ihnen viel viel gerne 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 jetzt hören sie mal zu ich werde diese ernst nehmen du bist gerade live auf YouTube hier hören 20.000 Leute zu die lachen dich alle aus ihr könnt jetzt lachen Freunde bis zur nächsten Runde lang lebe Putin der Führer von Russland halt die Klappe die Russen sind auch hier ja liebe Grüße zum Russen wieder hören ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ciao wenigstens singt es mit Fassung